Tja, das ist der Ausblick von meiner Terrasse. Vor einer Viertelstunde habe ich die Polizei angerufen. Dieses passiert eigentlich jeden Morgen. Wenn Sie wollen, können Sie sich das alles selber anschauen. Sie müssen nur hinterrücks vom Monteroche aus die Kaili-Las-Magnolias hochfahren, oben bis zum Ende und dann einfach etwas nach unten schauen. In Richtung des Schornsteins. Dieses ganze Schauspiel fängt eigentlich so gegen 7.30 Uhr, 7.40 Uhr an. Da soll mal einer sagen, wir haben hier auf der Insel nichts zu bieten. Komische Sache. Tja, aus dem Reiseportal hat man mich schon rausgeschmissen. Ich glaube, das ist auch nicht so eine tolle Werbung. Und hier muss man nicht unbedingt Urlaub machen. Aber das habe ich gestern schon gesagt. Ich weiß auch nicht weiter. Okay. Okay.